John Rockefeller. Die besten Zitate, Sinnsprüche, Lebensweisheiten-Zitate zum Nachdenken. Was mich betrifft, so zahle ich für die Fähigkeit, Menschen richtig zu behandeln, mehr als für irgendeine andere auf der ganzen Welt. Zielstrebigkeit ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für Erfolg im Leben, egal, welches Ziel man verfolgt. Der ärmste Mensch, den ich kenne, ist der, der nichts hat außer Geld. Das Geheimnis des Erfolges ist es, gewöhnliche Dinge ungewöhnlich gut zu machen. Eine Freundschaft, die aus einem Geschäft entsteht, ist besser als ein Geschäft, das auf einer Freundschaft basiert. Wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du neue Wege einschlagen und nicht auf den ausgetretenen Pfaden des gemeinhin akzeptierten Erfolgs marschieren. Ich arbeite nach dem Prinzip, dass man niemals etwas selbst tun soll, was jemand anderer für einen erledigen kann. Ich habe immer versucht, jedes Problem in eine Möglichkeit zu verwandeln. Ich glaube, dass jedes Recht eine Verantwortung, jede Gelegenheit eine Aufgabe und jeder Besitz eine Verpflichtung ist. Lieber eine Stunde über Geld nachdenken, als eine Stunde für Geld arbeiten. Wohltätigkeit ist schädlich, es sei denn sie hilft dem Empfänger, von ihr unabhängig zu werden. Zwei Bücher braucht das Kind, das Kochbuch der Mutter und das Scheckbuch des Vaters. Wenn dein einziges Ziel ist, reich zu werden, wirst du es niemals erreichen. Es ist schwer, ein großes Vermögen zu erwerben, ungleich schwieriger ist es, dieses mit Anstand auszugeben. Tu nie etwas, wobei du nicht tot erwischt werden möchtest. Das Engagement für einen einzigen Zweck ist das Grundelement des Erfolgs im Leben, unabhängig davon, zu welchem Zweck. Wer den ganzen Tag arbeitet, hat keine Zeit, Geld zu verdienen. Der große Vorteil des Reichtums liegt darin, dass man sich keine Ratschläge mehr anzuhören braucht. Die meisten Pioniere, die das Bestehende geändert haben, sind missverstanden und auf das Grausamste verfolgt worden. Was ich am meisten bedauere, ist, dass unzählige meiner prachtvollen Mitarbeiter, durch die die Standard-Toll-Kompanie erst möglich gemacht wurde, gestorben sind, ehe man allgemein anerkannte, dass wir zum Wohle der Menschheit arbeiteten. Ich bin vor einem Wagen gespannt, auf dem Leute sitzen. Es ist falsch zu unterstellen, dass Männer von immensem Reichtum immer glücklich sind. Die wichtigste Sache für einen jungen Mann ist es, einen Rückhalt, eine Reputation, einen Charakter zu etablieren. Die Einmaligkeit des Zwecks ist eine der Hauptbestandteile für Erfolg im Leben, egal was das Ziel sein mag. Ich habe Wege, Geld zu machen, von denen du gar nichts weißt. Ich würde lieber ein Prozent aus den Bemühungen von hundert Leuten verdienen als ein hundert Prozent meiner eigenen Bemühungen. Wettbewerb ist eine Sünde. Geld macht man, wenn man kauft, wenn das Blut die Straße runterläuft. Wer gut schlafen will, kauft Anleihen, wer gut essen will, kauft Aktien. Ich habe viele Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht. Die Kinder von heute nehmen jeden Rat an und tun dann, was sie wollen. Verkaufe an Leute, die Straßenbahn fahren, und du fährst Rolls-Royce. Verkaufe an Leute, die Rolls-Royce fahren, und du fährst Straßenbahn. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen!